Und was, Leo? Du trinkst kein Alkohol? Echt jetzt? Du trinkst gar kein Alkohol? Wirst du es nicht mal probieren? Hä? Und was machst du dann auf einer Party? Also erstmal, ich habe nicht noch nie Alkohol getrunken. Ich habe schon mal 200 Milliliter Bier getrunken. Aber that's it. That's it. Das war einmal, hat mich ein Kumpel überzeugt. Aber das war es dann wirklich. Ich glaube, er fühlt sich heute noch wieder King dafür. Auch zurecht. Ich meine, mittlerweile wurden mir, keine Ahnung, inzwischen schon mal 50 Euro. Nur, dass ich so einen kleinen Schluck Hugo trinke, wo ja, glaube ich, so gefühlt gar kein Alkohol drin ist. Habe ich auch abgelehnt. Und immer so weiter. Und ich kriege einfach immer öfter die Frage, hey, Leo, ich habe gehört, du trinkst gar kein Alkohol? Ist es wirklich so? Warum nicht? Was sind deine Gründe dafür? Und so weiter. Und darf ich heute einfach mal mit euch darüber sprechen, weil es natürlich auch für euch gerade sicherlich immer wieder ein wichtiges Thema ist. Manche von euch trinken vielleicht viel Alkohol. Manche von euch sagen so, ey, nee, gar nicht. Schreibt da gerne auch mal euren Standpunkt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Und bei mir persönlich kann ich nur sagen, als das so angefangen hat, so mit 14, so die Partys, so bei irgendwem daheim. Und dann gab es den ersten Alkohol. Und ey, yo, cool. Wurde ich immer dazu gedrängt, Alkohol zu trinken. Also jetzt nicht so, du musst aber, sondern mehr so, hey, Leo, trink doch mal was, trink doch mal was, probier doch mal und so. Aber ich für mich persönlich bin immer standhaft geblieben. Ich würde lügen, wenn ich sage, es war immer leicht. Ich glaube, vor allem in jüngeren Jahren ist es einfach nicht so easy. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen, habe immer gesagt, nein, ich trinke nichts, ich trinke nichts, ich trinke nichts. Und ich muss auch sagen, wenn man das zumindest ein Jahr mal fest durchzieht, dann ist es noch nicht zwangsläufig zu 100% bei jedem akzeptiert. Aber die Fragen nach, hey, trink doch mal was, werden weniger oder wenn dann nur spaßhaft. Was es einfach sehr viel einfacher macht, das Ganze, wie soll ich sagen, ja, einfach ein bisschen abzulehnen und da einfach auch seinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, wenn die Frage, mittlerweile muss ich sagen, kriege ich wenn dann Respekt dafür. Es frägt fast niemand mehr. Auch die Menschen, mit denen ich mich mittlerweile umgebe, trinken eigentlich die wenigsten Alkohol. Und das ist halt so der Punkt. Ich glaube, man findet dann einfach auch so mit der Zeit noch mehr das Umfeld, in das man vielleicht auch am besten passt. Ja, aber warum trinke ich keinen Alkohol? Für mich gibt es halt im Prinzip irgendwie so zwei bis drei Gründe, warum man Alkohol trinken könnte. Manche erzählen mir immer wieder, dass es am Geschmack liegt und dass es ja so toll schmeckt. Musste ich damals bei meinen 200ml Kostprobe ehrlich gesagt verneinen. Ich fand es einfach nur widerlich. Aber auch wenn es einem jetzt wirklich gut schmeckt und das nicht nur eine Ausrede ist, um trinken zu dürfen oder zu können oder sich so recht zu fertigen vor anderen, die es nicht cool finden, muss ich auch da sagen, Alter, es gibt doch so viele Dinge, die geil schmecken. Da muss ich doch nicht was zu mir nehmen, was meinem Körper wirklich ernsthaft schadet. Deswegen, das verstehe ich nicht ganz. Und ich glaube dann auch niemandem, dass Alkohol so gut schmeckt, dass es diesen gesundheitlichen Schädigungsfaktor übertrifft. Also es gibt so viele Dinge, die geil schmecken. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das nicht macht. Dann genauso auch, was ich ein bisschen mehr nachvollziehen kann, ist, dass Leute sagen, da kommt einfach mehr auf sich raus und so weiter. Und tanzt vielleicht mehr, ist vielleicht offener, erzählt mehr Geheimnisse, hat mehr Lust auf soziale Interaktion. Und das kann ich zwar nachvollziehen und mag auch wirklich so sein, nur habe ich persönlich an mich einfach den Anspruch, dass ich mich so weit entwickle, dass ich das auch so schaffe. Ich sage nicht, dass Leute, die das nicht schaffen, irgendwie unterentwickelt werden oder so. Es ist einfach nur, ich will doch wachsen, ich will doch als Mensch immer besser werden. Und wenn ich persönlich merke, okay, irgendwie in so einem sozialen Setting, wenn es mit vielen Menschen ist und so weiter, dann komme ich noch nicht so aus mir raus, mir fällt es noch schwer, direkt auf neue Leute zuzugehen, dann will ich für mich persönlich das eigentlich selbst schaffen und nicht irgendwas zu mir nehmen, was mir das Ganze dann ermöglicht. Also das ist irgendwie bei mir einfach so, wo ich sage, nee, ich will das aus eigener Kraft machen. Und dann als dritten Grund, das denke ich für manche vielleicht sicherlich noch, einfach mal abschalten, vielleicht sogar Dinge vergessen, man sagt auch immer so, aus seinem richtigen Leben entfliehen. Ja, mag bestimmt auch sein, da kann Alkohol auch gut helfen, kurzfristig, langfristig macht es in meinen Augen das Ganze sicherlich nur schlimmer. Und auch da, wenn ich wirklich irgendwelche Probleme habe oder so, dann ist da einfach mein eigener Anspruch, da anders damit umzugehen. Also dann will ich mich doch diesen Dingen stellen und sie wirklich lösen und nicht davonlaufen. Ich will mich den Sachen stellen und lösen und nicht davor weglaufen, wo die Probleme sowieso nur größer werden. Deswegen gibt es für mich einfach, wenn ich mir das so durchdenke, keinen Grund, warum ich Alkohol trinken sollte. Also es gibt keinen Grund. Also manche sind ja, die keinen Alkohol trinken, sagen so, ich trinke keinen Alkohol, weil schädlich und da, und das sind natürlich auch Gründe. Aber es ist für mich nicht nur so, dass es extrem viele Gründe gibt, keinen Alkohol zu trinken, sondern es gibt für mich einfach keinen Grund, es überhaupt zu tun. Also es gibt nicht nur mega viele Hindernisse oder Dinge, die dagegen sprechen, sondern es für mich spricht auch gar nichts dafür. Also es hat einfach keine unike Sache. die ich unbedingt haben wollen würde. Und deswegen spielt für mich das Ganze auch keine Rolle. Ich weiß nicht. Ich kann euch da empfehlen, auch einfach nur hört auf euer eigenes Gefühl. Und ja, wenn da andere sagen, hey, trink doch mal und so weiter, bleibt standhaft. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, aber ich kann euch nur sagen, langfristig wirst du definitiv mehr Gesundheit dafür bekommen und vor allem auch sehr, sehr viel Respekt ernten. Das kommt vor allem im Laufe der Jahre. Ja, sagt gerne mal in den Kommentaren, wie steht ihr dazu? Trinkt ihr was? Wann trinkt ihr was? Viel, wenig? Wie steht ihr dazu, wenn Leute andere Leute zum Alkoholkonsum drängen? Finde ich einfach ein mega, mega wichtiges Thema und ich glaube, dass da einfach der Austausch super entscheidend ist. Deswegen haut das alles gerne in die Kommentare. Und ich für mich kann nur sagen, Leute, macht euer eigenes Ding. Deswegen sage ich auch am Ende von jedem Video, ich glaube an euch. Und das bedeutet, bedeutet das Gleiche auch bei solchen Themen. Also wenn da, wenn du das, wenn du der Meinung bist, nicht braucht es eigentlich nicht, aber du bist schon ausgedrängt, dann glaub an dich und da zu dir auch zu stehen und es wird sich langfristig einfach am besten anfühlen. Und ich kenne so viele Leute, die schon viel Alkohol getrunken haben und dann, wenn sie mal nüchtern auch waren, sagen sie, ja irgendwie war es schon geiler so und ich habe mich am Tag danach einfach besser gefühlt. Oder auch, ich kenne einige Leute, die haben einfach mal zwei Jahre getrunken und dann jetzt seit vier Jahren nicht und sagen auch, die Partys machen mehr Spaß. Klar, am Anfang sagst du, oh fuck, der Alkohol fehlt irgendwie. Aber dann verstehst du, worum es dann eigentlich geht und dass es nicht nur ums Besaufen geht. Genau, und deswegen war es auch super wichtig für mich, mit euch diese Meinung zu teilen. Wie gesagt, eure Meinung interessiert mich mega krass. Und ja, ich glaube immer an euch. Wir bei sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.